Hallo ihr Lieben, zwölf Fragen und zwölf Antworten für dualseelen Beziehungen. Ich lege ein Kreisorakel mit den Kipperkarten für zwölf einzelne Fragen und ich bin richtig neugierig, wie die Antworten kommen. Ihr seht ja schon, es ist etwas unruhig, aber jetzt beruhigt sich das Energiebild, jetzt laufen die Karten fließend. So, das war's, dann fange ich an. Zwölf Fragen, zwölf Antworten für dualseelen Beziehungen. So, die Karten liegen, fangen wir an. Ich habe mit dieser, an dieser Position angefangen, die Karten auszulegen, also erste Position und geht so weiter und das ist die letzte, die zwölfte Position. Zwölf Fragen, die sich auf dualseelen Beziehung beziehen. Ich habe mir die Fragen schon mal vorbereitet, die ich für euch stellen möchte und ich fange an der ersten Position mit der ersten Frage, warum meldet er sich nicht? Was ist der Grund, warum er sich nicht meldet? Schau mal, was wir hier als Antwort bekommen. Also, wir haben hier Diebstahlkarte, Verluste, Diebstahl, Falsche Person, Manipulation und sehr viele Gedanken. Also, in dieser Kombination ist für mich die Antwort, er meldet sich nicht, weil er unter fremde Beeinflussung steht, weil da Verluste vorhanden sind, weil er zu viele Gedanken hat und er hat zu viele Zweifel. Also, irgendetwas ist bei ihm vorhanden, eine Negativität, negative Einstellung, eine Manipulation, eine Beeinflussung, die zu Verluste führt, die auch dazu führt, dass er sich bei dir nicht meldet. An dieser Stelle ist wichtig, dass diese Manipulation rausgebracht wird. Zweite Frage mit zweiter Staffel. Was blockiert die Beziehung? Und jetzt schauen wir. Seht ihr, wir haben direkt die Blockade gehabt und diese Blockade liegt auf dem Kopf. Es ist eine, Dinge sind umgedreht, Umdrehung haben wir da, weil die Karten bei mir auch umgedreht sind. Auch so Blockade von Energien. Die Energien sind blockiert, die Gefühle sind blockiert, die Warmherzigkeit ist blockiert, die weibliche Gefühle, auch Liebe, ist blockiert, die Energien sind blockiert und die freie Bewegung ist auch blockiert. Also das ist das, was die Beziehung momentan blockiert. Also es könnte auch starke Energieverluste, Energieabfalle bei einigen von euch haben. Erste Frage, auf was solltest du achten, in einer bestimmten Situation oder in deine bestehende Beziehung. Und wir haben hier lange Weg, wir haben dich und wir haben die Krankheitskarte. Also achte bitte darauf, dass sich die Dinge hinaus zögern können oder dass die aus der Vergangenheit Dinge immer noch mitgeschleppt werden in diese bestimmte Situation. Achte auf deine Energien, achte auf deine Belastungen, weil ich habe hier die Aussage, dass du die Situation irgendwie mit erschwerst, weil Belastungen von dir in dieser Situation ausgetragen werden. Also arbeite an deine Themen, an deine Schmerzpunkte, an deine Belastungen. Lass dir auch Zeit dabei. Die vierte Frage, vierte Position. Wie geht es weiter in der Beziehung, in der Liebe? Wie geht es weiter? Oh, wir haben hier ganz tolle Karten. Also wir haben die Erfolgskarte, die Erwartungen, Wartezeit, Schicksal, Spiritualität und göttliche, himmlische Energien. Also es geht weiter, es geht positiv weiter. Energien kommen in eurer Beziehung. Spirituelle Unterstützung, Unterstützung vom Himmel ist vorhanden. Wir haben zu hochheere kommen, also wir haben den Erfolg. Also erfolgreich, mit Gewinn geht es weiter, aber es braucht etwas Zeit und die Erwartungen sollten auch überprüft werden. Gib Zeit in deine Beziehung für die Entwicklung. Frage fünf, ganz wichtige Frage. Wann meldet er sich? Schau mal, er steht da im Gedanken, energetisch ist er schon bei dir. Ich habe hier männliche Energie, Vaterthemen, Männlichkeit und ich habe diese Treffen dabei. Schaut ihr mal, das ist ja wunderbar, die Zusammenkunft. Wann meldet er sich? war die Frage und wir haben so tolle Antworten darauf bekommen. Das bedeutet, energetisch, gedanklich, emotionell ist er schon bei dir. Er denkt an das Treffen. Es wird nicht mehr lange dauern, bis er sich meldet, bis er euch trifft. Ich habe nicht nur die Meldung, sondern auch das Treffen habe ich hier in den Karten. Also, er ist auf dem Weg zu dir. Frage Nummer sechs, denkt er an mich? Wir haben hier die Gespräche, die Vereinbarungen. Wir haben den privaten Bereich, das Wohnzimmer und wir haben die Geschenkkarte, die Überraschungskarte. Also, er denkt an dich. In seinen Gedanken ist Freude zu sehen. Es werden Gespräche stattfinden. Er denkt daran, sich bei dir zu melden, mit dir zu sprechen, dich zu besuchen oder dass ihr euch trifft. An einem Treffen, denkt er, und alles das ist für ihn gewinnsbringend. Also, er hat Freudegedanken, glückliche Gedanken und er sieht das Treffen aus etwas sehr Angenehmes, sehr Schönes, sehr Gewinnbringendes. Es geht hier um emotionale Gewinn. Frage Nummer sieben, was fühlt er für mich? Schau mal. Positive Karten, positive Energien, Veränderung, Vereinbarungen, Absprache, Kommunikation und er selbst liegt da. Also, er fühlt positive Emotionen, positive Gedanken zu dir, positive Gefühle und er denkt an Meldung, an Weiterentwicklung. Also, hier ist leider nicht direkt die Liebeskarte da, aber ich habe eine positive Veränderung, die ihm voraus sehr stark überlegt worden ist. Also, er hat sich mit seinen eigenen Gefühlen zu dir auseinandergesetzt. Diese Gefühle sind ihm bewusst und er schaut auf eine positive Entwicklung mit einer positiven Einstellung zu dir. Achte Frage, gibt es Fremd-Einmischungen zwischen uns bei uns und wir haben den Sarg, die Beendigung von der Beziehung und die Kummer- und Widerwärtigkeitskarten. Also, hier habe ich eine Aussage, dass definitiv Einmischungen, Manipulationen, Beeinflussungen in eurer Beziehung vorhanden sind, die dazu führen sollten, dass Probleme in der Beziehung kommen und dass es zu einer Trennung zwischen euch kommt. Diese Einmischung, diese Manipulation zeigen ganz eindeutig die Karten mit dieser Aussage. Arbeite daran, befreie dich von fremden Einmischungen, von Manipulationen, damit eure Beziehung bestehen bleibt und sich positiv weiterentwickeln kann, weil hier haben wir einen grossen Stressfaktor, wir haben grosse Probleme und Auseinandersetzungen in der Beziehung, die zu einer Beendigung führen können. Frage Nummer 9, wie geht es ihm? Ihm geht es relativ gut, er steht unter Stress, das kann beruflich bedingt sein, das kann zeitlicher Stress sein, allgemein ist er stabil, in der stabilen Energien vielleicht etwas überfordert, er ist sehr viel mit seiner Arbeit, mit Aktivitäten beschäftigt, er ist auf seine Arbeit fokussiert, er steht unter Stress oder Zeitmangel, Zeitdruck, aber er ist stabil und das ist gut so, wenn er in seiner Kraft ist und auch bleibt. Frage Nummer 10, was belastet mich? Wow, 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 guck mal, was für eine starke Belastung Neuanfang, steht auf dem Kopf, kann nicht stattfinden, also du hast Vorbelastungen von mütterlicher Seite, also einen Themen, Themen mit der Mutter, ist deine Belastung, schaust du in diese Richtung hin, kläre das und wir haben Ängste, wir haben sehr viel Angst, drüber Gedanken, Schwarzdenken, depressive, niederdrückende Gedanken oder Energien, das ist deine Belastung, schau dir mal deine Ängste, schau dir deine negative Gedanken und löse diese auf, damit dieser neue Anfang, freier Neuanfang endlich in deinem Leben kommen kann. Frage Nummer 11, was belastet ihn? Dein Du-Seelen-Partner, dein Seelen-Partner, dein Partner und wir schauen, hier gibt es nur positive Aussagen. Also, bei einigen von euch kann es sein, dass das Glück bei ihm belastet ist, das sind aber die wenigen. Eigentlich habe ich hier eine Aussage, dass er im Moment, und das ist für die jetzige Zeit, dass er frei ist, dass er sich freut, dass er in die glücklichen Energien ist und dass er auf eine positive Kommunikation zu dir schaut und wir haben die Bewegungskarte, er kommt auch frei auf dich zu, mit Leichtigkeit, mit freien Energien. Das ist wunderbar, mach was daraus, eher weniger Belastungen in die Beziehung, desto größere Chancen für eine positive, glücksbringende Entwicklung. Und jetzt die letzte, die zwölfte Frage, was braucht eure Beziehung? Jetzt schauen wir mal, wir haben Liebe, wir haben Entscheidung und wir haben die Traurigkeit. Also, eure Beziehung braucht noch mehr Liebe. Jetzt einige von euch werden sagen, ja, ich liebe ihn oder wir lieben uns, das glaube ich dir, das ist auch sicherlich so, aber die Liebe muss die Traurigkeit in eurer Beziehung ersetzen. Das heißt, die Traurigkeit, die negative Gedanken, die Verletzungen, die müssen aus der Beziehung rausgeholt werden, sodass die Liebe zwischen euch frei ausgelebt werden kann. Und hier ist auch eine Entscheidung, hey, willst du Vergeltung, willst du weiterhin leiden, oder bist du bereit, die Verletzungen zu heilen und die Liebe frei fließen zu lassen. So, ihr Lieben, das war das Fragen Orakel, 12 Fragen, 12 Antworten für Dualseelen und Liebesbeziehungen. Ich hoffe sehr, dass das Orakel euch gefallen und auch geholfen hat. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr persönliche Legung haben möchtet, könnt ihr mich gerne kontaktieren und denkt daran, alles ist veränderbar, nichts ist konstant, alles ist in Bewegung, also man kann alles verändern. Arbeite an alte Verletzungen, an alte Schmerzen, weil diese blockieren dich, diese blockieren dein Dual und diese blockieren auch eure Beziehung. Denkt daran, Dualseelen Beziehungen sind Beziehungen in denen sehr viele und sehr starke Verletzungen stattgefunden haben, über ganz viele Inkarnationen. Diese Verletzungen sind energetisch in eure Energiesystem gespeichert bei dir, bei Time Dual. Diese werden aktiviert durch ganz verschiedene, ganz normale sogar manchmal Lebenssituationen und wenn die aktiviert sind, diese alte Verletzungen führen dazu, dass Blockierungen und Probleme in eurer Beziehung entstehen und genau darum geht es beim Dualseelen Beziehungen, es geht um den Dualseelen Prozess, es geht um den Entwicklungsprozess, es geht darum, dass du dich von diese alten Schmerzen heilst, dass dein Dual sich von seinen alten Schmerzen heilt, erst dann könnt ihr auf eine positive Ebene frei von Verletzungen wieder zueinander finden. Ich wünsche euch ein gutes Gelingen in eurer Beziehung, in eurer Lebensweg und wenn ihr Hilfe braucht, meldet euch bei mir, wir können gemeinsam eure Blockaden, Verletzungen, die Manipulationen, die auf eurer Beziehung gejuckt werden, all das können wir Stück für Stück auflösen und deine Seele helfen zu heilen, deine Seele helfen in der Leichtigkeit zu kommen, deine Seele zu helfen in der Liebe zu sein. frei von alten Schmerzen und Verletzungen. Ich freue mich auf dich.